Norddeutscher Rundfunk 2021 Super-G-Slalom, Abfahrt-Rissen-Slalom, vier Disziplinen, alles auf einer Strecke. Red Bull sucht der vielseitige Skifahrer. Farrerin, hast du gemeint? Weisst du, Fabien, damit du in der Abfahrt wirklich schnell bist, da brauchst du Mut, Herz. Und dann natürlich Gewicht strategisch genau richtig verteilt. Und für alle die, die nicht nur dick sind, sondern auch etwas in der Birre haben, machen sie mit Geschicklichkeit und Fussspitzengefühl. Yeah! Hey cool, 148 Mal geübt, nachher hast du es können. Sensationell. Du bist aber unterwegs, sonst kannst du die Skialben nicht abziehen. Apropos Ski, was nimmst du für einen? Ich nehme den riesen Ski. Musst du sogar Recht geben? Ich weiss. Wieso hast du immer Recht? Meistens. Wenn du auch einer von denen bist, der immer Recht hat, dann kannst du jetzt auf repulskills.ch gewollten und sagen, wer gewinnt. Okay.